Tag zusammen und willkommen zurück zu Minecraft und Martin ist natürlich noch dabei. Guten Tag. Hallo. Hi. So, wir suchen die nächste Festung, weil die andere Festung scheiße war. Da hinten. What? Gast. Ich sehe den nicht. Ganz löslich. Oh, das habe ich... Alter. Alter. Das wäre natürlich richtig geil, wenn da drunter keine Lava ist. Ich sehe den immer noch nicht. Jetzt sehe ich den Feuerball. Ach da, jetzt sehe ich den Gas. Wenn ich Fackeln in der Hand habe, geht's. Dann sehe ich ihn. Gas, komm her. Ich sehe ihn nicht mehr. Boah, voll ätzend, Alter. Ich mache mal den Shade gleich aus. Aber bei dir ist es auch... Ach da, jetzt habe ich ihn kurz gesehen. Da fliegt er. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe auch nur noch vier oder so. Neu. Aber. Versuch den mal abzuknallen. So. Ah, gut. Schnell! Da sind die XP runtergekommen. Träne? Pfeil. Ne. Schade. Nicht mal Gunpowder. Hier ist noch XP. Vielleicht ist er ja irgendwo weggeflogen. Boah, ich glaube nur die XP fliegen so weit auseinander, ne? Mhm. Okay, da lassen wir jetzt eine Festung suchen. Warte mal, ich mache mal den Shader jetzt hier im Nether aus. Im Shader, äh, im Shader. Im Nether ist ja scheiße. Oh. Wie viele Frames ich jetzt habe, ne? Vorher 30, jetzt 60. Ich habe jetzt 160. Ja, gut, ich nehme ja auf, ne? Ja. Du musst ja 100 Frames abziehen. So, 5 Frames. Hier mal da. Oho, Lava. Der Lavafall ist richtig heftig. Mhm. Oh! Mein Gott, Martin. Was? Ich habe gerade so einen Magmaslime runterfallen gesehen. Ich dachte jetzt, was ist denn jetzt los? Und ich habe gerade ein Standbild gehabt und bin hier fast in die Lava gefallen. Und? Da unten. Da, wo der Lavafall ist. Ich habe mir nämlich den Lavafall angeguckt. Und da bin ich im Standbild, dann bin ich runtergefallen. Och, mein Herz. Mann, ich hasse den Nether, Martin. Wo du Martin geschrien hast, ist gerade so ein Magmaslime runtergefallen. Ich habe das Fest, du, Alter. Das ruckelt hier immer voll. Ja, wenn die Maps sich aufbaut. Ich habe halt wenig Angst gerade. Ja, ich auch. Aber hier kommen wir nicht weiter. Hier ist überall Sackgasse. Ja. Ich muss mal zurück. Dann, äh... Warte mal, ich kann ja mal X drücken. In die Richtung, in die ich gerade gucke. Da kommen wir ja her, ne? Aber nach Süden geht es noch weiter. Da ist zwar Lava dazwischen. Aber dahinter geht es weiter. Wir müssen mal gucken, ob wir da irgendwie rumlaufen können. Das sieht nicht schlecht aus. Guck mal hier. Kannst du runter? Jetzt dürfen wir nichts abbauen. Wir haben nur einen Block unter unseren Füßen gerade. Ja, da hinten habe ich ja geguckt. Das ist unsere Festung hier, ja, ne? Das ist mein latest Death. Du noob, alter. Bisschen Glow-Stounds mitnehmen. Jetzt hier durch. Und dann irgendwie da hoch. Aber da kann man es, glaube ich, hochbauen. Ich bin doch noch unsicherer, alter. Wir sind direkt über Lava, ne? Ach, ich bin rum. So. Warte mal, X. Nicht viel gebracht, glaube ich. Nee, ich sehe auch, man sieht die Festung auf der großen Map. Aber, ähm, ich sehe keine andere Festung. Also, ich glaube, es wäre besser, wenn wir da noch irgendwie hochkommen, oder? Jo. Sagen wir uns einfach straight nach oben bauen? Ich habe 29 Dinger. Okay, bau. Oh, oh. Bisschen. Der schießt auf mich und ich bin hier gefangen. Nein. Deep Zone. Mann! Gib mir doch den... Wo ist der? Tot. Ich bin schon wieder tot. Wollte ich einen? Der lässt seine Sache nicht rausploppen. Ja, ich bin ja schon tot. Mann! Learn to play, alter. Ja, was kann ich denn dafür? Ich war gerade mitten auf Einstein und Einstein war über mir. Einstein? Einstein. Boah! Das ist aber knapp. Das ist doch saubehindert, alter. Warum schießt der dann ausgerechnet auf mich? Warum nicht auf mich? Der schießt genau auf den, der sich nicht wehren kann. Ey, es sind hier zwei Skelette am Portal. Das wird noch fast verbrennt, Alter. Oh, ich bin drin. Jetzt schießen sie auf sich gegenseitig. Oh, jetzt muss ich dich schon wieder suchen? Ne, ich tp mich jetzt sofort wieder. tp, deep zone, cover. Ich seh nix. Ah ja. Ich seh dich nicht. Ich hab'n Pfeil im Kopf. Boah, wie oft ich jetzt schon gestorben bin, ne? Ich hab'n Spitzsacke, meine. Ah, ich kann auch statt ne Fackel Glosson in der Hand nehmen. Warte mal, ich kann mir ne Steinspitzsacke machen. Ja. Oh, dann werden wir jetzt echt noch weitersuchen, Martin. Ich hab'n bisschen Angst, jetzt nochmal zu sterben, ey. Meine ganzen Level sind schon weg. Schon lange. Keine Ahnung. Na komm, lass mal nach Hause gehen, ey. Warte, ich fahre noch Level 30. Weil irgendwann haben wir dann nämlich die Arschkarte, und dann sind wir beide tot. Ich kann ja verlangen, verlangen zu weibeln, ne? So, wir müssen hier. Warte, ich fahre noch Quartz für Level ab. Ich will 30 werden. Welches Level bist du denn jetzt? 26. Na, das dauert noch ein bisschen. Ne. 27. Ich muss mal Kaffee trinken, Alter. Jetzt wird der kalt. Ah, den hab ich mir schon vor zwei Folgen oder so gekocht. Boah, geil. So. Wir müssen auf jeden Fall in diese Richtung hier ungefähr. Okay. Jetzt nur die Frage, wir sind jetzt natürlich auch ein bisschen zu hoch, ne? Wir haben uns ja jetzt überall hochgebaut. Aber, hier geht's wieder runter zur Festung. Das ist schon mal gut. Boah. Ich glaub, da kommen wir nicht rüber, oder? Doch. Ah. Mal was essen. Also, ich kann übrigens auch Glosser in den Hand nehmen, um mir zu leuchten, ne? Voll geil. Von wo sind wir gekommen? Von da. Ja, scheiße. Aber, warte, dann lass mich noch ein bisschen von diesen Steinen hier mitnehmen. Welchen? Das ist ein Messer... Oh, Mann, hab ich mich erschrocken. Das ist ein scheiß Zaun. Aber so viel brauch ich erstmal davon. Ich kann ja jetzt auch immer wieder hierher zurückkommen. Das ist ja jetzt nicht so weit. Gut. Dann müssen wir jetzt mal nach Hause und die Sachen saven. Dann kann ich einen Verzauberungstisch bauen. 28,5. Wo sind wir hergekommen? Ja, kurz da, glaub ich. Hier, ja, muss ja. Da ist, äh, mein Waypoint. Hey. Lass mich hier raus. Sch. Oder Skelett. Ich hör... Wollte ich gerade sagen, ich hör schon wieder ein Skelett. Oh. Ich hab ja gar keine Pfeile, stimmt ja. Dann müssen wir ihn... Oh, zwei sogar. Der hat mich direkt... Nein! Bist du tot, ne? Ja, klar, bin ich tot. Oh, mein Gott. Direkt in so fettem Lava-See. Oh, ich hab sie gekillt, aber... Ich bin gewisert. Er hat mich direkt 50 Kilometer weit weggefickt. Ja, hab ich gesehen. Weil du gerannt bist und gesprungen bist, glaub ich. Ja, toll. Und deine Items sind alle weg jetzt, so. Mein Löffel auch. Ohoho. Wir haben so'n Pech, Martin. Ja. Aber ich hab den Ausgang gefunden. Ich komm zurück, brauchst nicht zu mir kommen. Alles klar. Ich müsste eigentlich gleich zu Hause sein. Oh, fick dich doch, du scheiß Wizard-Skelett. Und der hat ja nicht mehr einen Kopf getraubt, sondern einfach nur zwei Stücken Kohle. Diese Hure. Warte, ich muss mich noch den Weg finden zum Portal. Ah, ich glaub, ich hab's. Ne, doch nicht. Schönes Essen. Das ist auf jeden Fall falsch. Ich nehm mal ein paar Möhren von dir, ne? Ja. So, wo ist jetzt mein... Da ist mein Zuhause. Okay, warte. Ich kann ja auch was Schönes bauen. Was denn? Keine Ahnung. Ich hab ja voll die Bauskills. Stimmt allerdings. Ja, nicht wirklich. Das stimmt allerdings. Obwohl deine Häuser eigentlich immer ganz gut aussehen. Danke. Ey, der Mond scheint richtig geil. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hin muss. Bist du schon raus? Nee. Also aus der Festung bin ich schon raus. Ich suche jetzt grad das Portal. Was muss hier irgendwo sein? Weil hier ist mein Waypoint. Ja, voll gut, dass wir überall auch fucking hingestellt haben, ne? Ne? Bartemar. So es entfällt ja nicht runter. Tja, Martin. Großsitzer Portal. Das ist die Frage. Ich glaube, ich brauche mich mal hier hoch, oder? Wer könnte das hier schon sein? Nee, ist einfach nur so ein kleines Höhlenloch. Ich weiß, dass man Richtung meinen Waypoint laufen musste. Boah, das habe ich ja jetzt gemacht. Ende. Ich habe jetzt gebracht. Oh oh. Netherwreck. Zuhause ist da. Der Portal muss ja dann irgendwo da in der Nähe sein. Und das war ja auch in so einer Höhle drin, ne? Ja. Ja, toll. Ich sehe auch keine Fackeln von uns. Wir haben doch am Anfang ein paar Fackeln gestellt, oder nicht? Nur ein paar. Ja, da habe ich. Ich auf jeden Fall. Da ist Feuer. Oh man, ey. Ich finde es nicht. Jetzt habe ich schon wieder ein Gas. Ich kann dir eine Mühle bauen, oder so, wenn du hier jetzt ein Dorf aufbauen willst. Du kannst mal durch ein Portal kommen, und dann kann ich dich vielleicht auf der Minimap sehen. Okay. Ich müsste auf jeden Fall in der Nähe davon sein, weil ich bin in der Nähe von meinem Zuhause-Waypoint. Ich sehe Fackeln von uns. Okay. Okay. Jetzt sehe ich keine mehr. Nur ein paar. Oh, warte, ich komme. Was muss der denn? Da ist mein latest Death. Wo sind wir denn? Die beiden langgelaufen, Alter. Ah, ich sehe dich auf der Minimap. Boah, es ist so dunkel. Warte mal, wenn hier Fackeln sind. Jetzt bin ich genau über dir, glaube ich. Ah, hier, ich habe es gefunden. Ne, doch nicht. Ah, hier. Ich baue mich jetzt zu dir. Oh, ich höre dich. Da. Hi. Hi. Was geht denn? Komm, schnell raus hier. Nichts, okay. Ich drücke. Aua. Muss mal eine rauchen, zum beruhigen. Müsste nachts sein. So. Ah, cool. Du hast mir hier quasi einen Eingangsbereich gebaut. Hä? Ah, hier. Jetzt musst du wieder den anderen Shader reinmachen, weil der voll cool ist. Ja, jetzt muss ich überhaupt wieder einen Shader anmachen. Shader? Ein paar Odors, ne? Hm. Uh. Sieht aber wirklich nice auf. Beim Mondaufgang scheint das so richtig blumenmäßig ins Fenster rein. Voll geil. Oh, wir sind zu Hause, Martin. Ich habe zwar keine Warzen, aber das brauche ich jetzt erstmal auch nicht. Dafür habe ich die vier Blazes noch. Guck, siehst du mich, wie ich reflektiert werde? Yo, Tatsache. Voll nice. Hm. Und jetzt haben wir sicher auch, der da reflektiert wird. Ich muss hier mal eine Fackel hinstellen neben das Wasser. Hast du eine Fackel? Ne. Scheiße, warte mal, ich hole mal eine. Ja, ich bin. Ist das so eine Fackel? Ja, genau, eine Fackel in der Kiste. Sieht bestimmt voll geil aus. Wie du leuchtest, Alter, weil du die Fackel in der Hand hast. Ah ja, es geht jetzt. Sieht nicht so geil aus, wie ich gedacht habe. Ich muss schnell nach Hause mein Stuff wegbringen, Alter. Ich glaube, warum muss ich da tiefer buddeln, damit man den Boden nicht so sieht. Na, nein. Zumba. So. Oh, nein. Boah. Dann lass mal gleich pennen gehen, Alter. Piss dich. So, dann muss ich mir Verzauberungstisch bauen und Bücher, ne? Bücher. Ich habe kein Level mehr, leider. Ach ja, stimmt, aber beurte ich trotzdem bauen. Habe ich überhaupt genug? 17 Leder habe ich nur, ne? Stell dich mal hier hin, wo ich stehe und gucke aus dem Fenster. Ja, ich sehe es. Da kommt, äh, die Sonnenstrahlen kommen so durch. Fricker eigentlich. Warte, ich habe nur 17 Leder. Also bringe ich es jetzt erstmal sowieso nicht mit dem Verzauberung zu. Das mache ich irgendwann mal, wenn ich hier ein paar mehr Räume habe. Was sollen wir jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ja, ich muss mal den Stuff jetzt wegpacken. Also die Hölle-Tour war ja sehr ergiebig. Soll ich dir das bauen? Was willst du denn bauen? Keine Ahnung. Irgendein Gebäude. Ich kann ein Tempel da schön machen. Und was soll ich dir jetzt machen? Zugucken oder was? Ja. Keine Ahnung. Bin ja eigentlich nicht so gut im Bauen. Aber ich könnte Schweine besorgen. Das ist eine gute Idee. Ja, was soll ich denn dann bauen? Was du möchtest. Bau mir was Schönes. Überrasch mich. Ich glaube, für eine Mühe hast du nicht genug Ressourcen. Ne. Das glaube ich aber auch. So, dann gehen wir jetzt mal mit dem Shader ein paar Schweinchen besorgen. Oder wenigstens zwei. Ach, ich geh mal dein Ding da aufhübschen. Weißt du, ich bräuchte zwei Kühe. Bräuchte ich nicht zwei Schweine. Kann ich ein bisschen Eisen nehmen für Schaufel? Ja klar, du kannst alles nehmen, was du brauchst. Du bist ja mein Gast. Alles. Nein. Du kannst auch mich nehmen, Martin. Boah. So, dann suchen wir mal ein paar Küchens. Oh nein. Meine Zigarettenasche ist abgegangen. So wie ich immer abgehe. Hm. Ja gut, Richtung Wüste brauche ich wohl nicht gucken, ne? X. Ich geh mal da Richtung Savanne. Ich brauche ja nur zwei Kühe. Das war es ja eigentlich schon. Und ein Schwein, aber ich habe jetzt nur zwei Leinen dabei. Bäh, 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 bäh. Da ist ein Schwein. Was bringt mir jetzt nichts? Ich will jetzt nicht extra... Oh, doch, komm. Ich laufe extra wegen dem Schwein wieder zurück. Hä? Mein Spawn ist... Äh, mein Waypoint ist falsch. Wie falsch? Laut meinem Waypoint bin ich gerade zu Hause. Aber ich bin in der Savanne. Irgendwie buggt die, äh... Map gerade ein bisschen, glaube ich. Komm, Schwein. Komm mit, Schwein. Wir müssen nach Hause. Komm. Da muss ich meinen Waypoint neu setzen. Dann war es ja gut, dass ich jetzt ein Schwein gefunden habe. Sonst hätte ich die nie wieder nach Hause gefunden. Pass auf, Schwein. Das Wasser? Komm. Ich muss noch meinen Wald hier ein bisschen ordentlich machen. Ich werde ihn so ganz künstlich anlegen, Martin. Die Folge ist übrigens schon wieder zu Ende, Alter. Boah. Richtig heftig. Ich bringe noch das Schwein zurück und dann beende ich die Folge. Wie viele Folgen bist du jetzt schon dabei? Das ist jetzt die dritte, ne? Kann sein. Lol. Willst du dich wohl hier einnisten, wa? Ja. Komm, Schwein. Komm rein. Mit dem Shader sieht man die Leine übrigens. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber es funktioniert. So, habe ich jetzt Weizen dabei? Ne. Ach ne, die muss man ja mit Möhren. Egal. So, jetzt gehe ich nochmal los. Aber erst mal mein Waypoint. Hast du Sand und Sandstone? Delete? Ne, ich glaube nicht. New Waypoint. Zu Hause. Weißt du, was das für ein Waypoint gewesen sein könnte? Hm? Das könnte der Waypoint gewesen sein von Vize Beast. Loll. Der ist ungefähr 100 Meter von hier, von meinem Waypoint hier zu Hause entfernt. Also von meinem Zuhause hier auf dem Server. Auch nicht schlecht, ne? Hm. So, jetzt brauche ich eine Coo. Wartet mal kurz. Ach, ich wollte die Folge beenden. Wartet mal kurz. Ich musste nochmal husten, bevor ich die Folge beende. Alles klar, dann sage ich danke fürs Zugucken. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge Minecraft. Bis dann. Ciao.